Schnittlauchbutter selber machen, so einfach geht's! Herzlich Willkommen auf meinem Kochkanal Kochen mit Christian. Ja, heute mache ich mit euch Schnittlauchbutter. So eine vorgefertigte Schnittlauchbutter hat so seine Vorteile. Ja, man kann sie später als Brotausstrich verwenden oder zu allen möglichen Gerichten, denen man Schnittlauch und Butter hinzufügen möchte, ja, einfach dazugeben. Das Tolle an Schnittlauchbutter ist, man kann sie perfekt in einer größeren Menge vorbereiten, so wie ich das heute machen werde. Ich friere sie in meinem Fall auch direkt ein. Dann habe ich in Windeseile frischen Schnittlauch und Butter kombiniert und kann zum Beispiel Schnittlauchkartoffeln ruckzuck zubereiten. Bevor die Zubereitung überhaupt starten kann, ist es wichtig, dass man Butter auf Zimmertemperatur, also sprich zwischen 20 und 25 Grad bringt. Dann ist die Butter schön weich und man kann sie optimal verarbeiten. Dazu schneide ich einen Butterklotz in kleine Stücke, so wird sie schneller weich. Die genauen Mengenangaben findet ihr außerdem unter dem Video in der Infobox. So, je nach Temperatur dauert es ein paar Stunden, bis dann die Butter weich genug ist. Also kalkuliert diese Zeit ein. Als zweitwichtigste Zutat brauchen wir natürlich Schnittlauch. In meinem Fall ist es frischer Schnittlauch aus dem Garten. Diesen Schnittlauch schneide ich jetzt ganz fein auf. Dazu benötigt man optimalerweise ein scharfes Messer. So, jetzt gebe ich den Schnittlauch zur Butter, gebe noch etwas Salz und Pfeffer hinzu und dann wird alles gut verrührt, bis sich der Schnittlauch gleichmäßig verteilt hat. Jetzt nehme ich ein Stück Backpapier und forme aus der Buttermasse eine Art Bonbon. So kann man die Butter danach ganz einfach in Röllchen schneiden. Jetzt kommt alles in den Kühlschrank oder direkt in den Tiefkühler, je nachdem wie ihr da Platz habt. Wenn die Butter nach einiger Zeit dann fest geworden ist, schneide ich sie und gebe die Butterscheiben in einen Extrabehälter. In meinem Fall friere ich die Butter jetzt ein. Dann habe ich zu jeder Zeit schnell und einfach eine Schnittlauchbutter zur Hand. Ja meine Lieben, das Video ist auch schon fertig und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt doch gerne was in die Kommentare. Wenn euch mein Tipp gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Abo und ein Like. Jetzt wünsche ich euch gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal, euer Christian. Ciao, ciao!